Ah, Sie sind am Valentinstag eingereist, dem Tag der Liebenden. Willkommen in Marokko. Das sagt ein junger Polizist, 1400 Kilometer und zweieinhalb Wochen später, bei einer der zahlreichen Polizeikontrollen in der Westsahara, also die Ein- und Ausreisestempel, in unseren Reisepässen studiert. Nur zehn Wochen liegt unsere letzte Marokko-Ratow zurück. Sie führte uns von Agadir nordwärts nach Casablanca. Nun radeln wir schon wieder durch dieses Land, das uns seit vielen Jahren als Reiseziel fasziniert. Diesmal wollen wir von Agadir nach Süden fahren, soweit unsere Zeit, unsere Kondition und unsere Abenteuerlust reichen. Über kleine Straßen und Wirtschaftswege durchqueren wir die fruchtbare und wasserreiche Soussebene mit ihren riesigen Gemüse- und Obstanbauflächen. Anbauflächen. Musik 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 Früher haben die Kinder in den Dörfern um Bonbons und Stifte gebetelt, heute wollen sie nur noch Geld. Auf einem dieser holprigen Wege muss der Reifen meines Hinterrades wohl einen Dornenstich abbekommen haben. Die Folge ist, dass mein technischer Betreuer Thomas bis zum Abend alle paar Kilometer aufpumpen muss. Wir sind beide ziemlich geschafft, als wir nach 66 Kilometern und 670 Höhenmetern die geschäftige Kleinstadt Eidbacher an den Ausläufern des Anti-Atlas erreichen. So, wir sind angekommen im Hotel à la Larissa. Das Streckenprogramm am zweiten Tag ist kurz, aber heftig. Nur 38 Kilometer, aber 1100 Höhenmeter liegen vor uns. Auf dem Weg in den Anti-Atlas haben wir eine kleine Straße mit etlichen schweißtreibenden Anstiegen gewählt. So, wir sind immer in untertitelt. Musik Bei einem Einzelstehenden Haus wollen wir im Schatten gerade eine Trink- und Verschnaufpause einlegen. Als uns der Eigentümer bemerkt, werden wir sofort zum Tee eingeraten. Natürlich müssen wir auch seine Getreidehöhle und seinen witzigen Dorfladen ansehen und bewundern. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer ich geschoben habe, aber es waren einige. Im Februar bin ich noch untrainiert und werde bald von heftigen Muskelkrämpfen geplant, die jeden neuen Berg zur Tortur machen. Musik 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 Als Belohnung für diese Plackerei haben wir uns als Übernachtungsort einen besonderen Leckerbissen ausgesucht. Die Kaspar Disorgan ist eine traditionelle Berbergurk auf einem Bergkegel in einem breiten Hochtal des Andiatlas. Musik 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 Hier kann man für marokkanische Verhältnisse zu gehobenen Preisen stilvoll übernachten und sich verköstigen lassen. Das Highlight des Tages ist der Sonnenuntergang im Andiatlas auf der Dachterrasse der Kaspar. Musik Okay. Das ist es. Hier? Ja, yeah. Die Weiterfahrt am Morgen beginnt mit einer entspannten Fahrt durch ein weites Hochtal. Das Leben der Herden und Dorfbewohner hier im Anti-Atlas geht seinen eigenen ruhigen Gang fernab vom modernen Zivilisationsstress. Abgesehen von kleineren Abfahrten geht es heute weiter bergauf, bis wir schließlich eine Meereshöhe von 1650 Meter erreicht haben. Hier müssen wir uns entscheiden, unser geplanter Track wäre noch höher hinauf gegangen und hätte nach 40 weiteren Kilometern in der wunderschönen Flussoase von Eidmansur geendet. Wir schätzen unsere Fitness zu Beginn der Fahrradsaison realistisch ein und sausen stattdessen 700 Höhenmeter hinunter nach Tafraod, dem Hauptort des Anti-Atlas. Musik 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 Schweren Herzens verzichten wir für die nächsten Tage auf einige spannende, aber anstrengende Tracks im Süden des Anti-Atlas und beschließen stattdessen den Anti-Atlas auf dem kürzesten Weg in Richtung Küste zu verlassen. Musik Aber auch diese Rute ist nicht ohne kräftezehrende Anstiege. Musik Beim Marktort Chama-Edao-Semlal haben wir den Großteil unserer heutigen 800 Höhenmeter bereits geschafft. Musik Jetzt haben wir die 1302 Meter Musik Am Col du Cerdus gibt es in atemberaubender Panoramalage ein Hotel, in dem wir bereits bei unserer ersten Marokko-Rad-Tour vor zwölf Jahren übernachtet haben. Musik Heute sind wir von Dabraud nach Cerdus gefahren. Knapp 50 Kilometer und 800 Höhenmeter, aber wir haben es gut geschafft. Musik 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 Beim Abendessen auf der Terrasse genießen wir einen prächtigen Sonnenuntergang. Wir freuen uns morgen früh auf die Abfahrt ins Tal. Musik Nach dem Frühstück verlassen wir das Hotel Cerdus. Musik 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 Läuft die Zeit? Nein? Musik Wir starten zu einer endlosen Abfahrt. 1.000 Höhenmeter hinunter in die Ebene von Cerdus. Einfach atemberaubend. Musik 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 Zur Mittagszeit kommen wir in der 75.000-Eingwohner-Stadt Tisnit an. Musik 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 Wir wollen uns noch kurz in der Medina umschauen. Mit raubwandererischer Sicherheit und ohne Navigation lotst uns Thomas zum kleinen Hotel Riyad-le-Lieu in einer schmaren Seitengasse. Musik Hier haben wir vor zwölf Jahren übernachtet und sind anschließend zur Berg-Etappe hinauf zum Col du Cerdus aufgebrochen. Was bildest du dir ein? Musik Musik Das weiß ich nicht. Musik Also ich weiß nur, da war das Neujahr 2012. Musik Die Zimmer sind noch nicht fertig. Wir unternehmen deshalb einen kleinen Spaziergang durch das geschäftige Zentrum der Stadt. Musik 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 Zwei Stunden später sind die Zimmer im Hotel immer noch nicht bezugsfertig und das W-Lat funktioniert auch nicht. Wir beschließen deshalb noch 20 Kilometer weiter nach Adlo Plage am Atlantik zu fahren. Musik 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 Schon bei der Einfahrt nach Adlo Plage wird uns bewusst, dass sich der Ferienort seit unserem ersten Besuch vor zwölf Jahren gewaltig verändert hat. Auf Anhieb finden wir das Hotel Adlo Beach, in dem wir bereits vor zwölf Jahren ohne vorherige Reservierung gut und preiswert gespeist und übernachtet haben. Musik Musik Leider bestätigt sich der erste Eindruck, das in die Jahre gekommene Hotel ist geschlossen. Schade. Musik 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 Vielen Dank.